Peter Seisenbacher ist gefasst. Nach 200 Tagen auf der Flucht wird der zweifache Olympiasieger in der ukrainischen Hauptstadt Kiew festgenommen. Ihm wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Als die Polizei am Dienstag seine Wohnung stürmt, ist der Ex-Judoker völlig überrascht. Es ist der tiefe Fall eines der erfolgreichsten Sportler Österreichs. 1984 und 1988 gewinnt der Wiener Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Los Angeles und Seoul. Danach macht er Karriere als Chef der Sporthilfe und Judo-Trainer. Dann der schreckliche Verdacht. Die Sportlegende soll sich an drei jungen Judokarinnen vergangen haben. Das jüngste Opfer soll gerade einmal neun Jahre alt gewesen sein. Es gibt monatelange Ermittlungen und Zeugenbefragungen. Dann der Knalleffekt. Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt Anklage gegen die Sportlegende. Am 19. Dezember sollte Seisenbacher, der zu diesem Zeitpunkt Cheftrainer der Nationalmannschaft von Aserbaidschan ist, auf die Anklagebank. Allerdings erscheint er nicht, sondern taucht unter. Die Justiz erlässt gegen den mittlerweile 57-Jährigen einen internationalen Haftbefehl. 200 Tage ist Seisenbacher auf der Flucht. Er wird in allen Ecken und Enden der Welt vermutet. Von Aserbaidschan über Dubai bis Madagaskar. Sogar über einen möglichen Tod wird spekuliert. Nun können Zielfander des Bundeskriminalamts Seisenbacher in Kiew aufspüren. Der Doppel-Olympiasieger sitzt derzeit in der Ukraine in Haft und wartet auf seine Auslieferung nach Österreich.